30 Jahre Schulstandort, das ist schon enorm und beachtlich. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich, respektvoll und mit höchster Wertschätzung zum Jubiläum. Weiter so als neue Mittelschule und bald als gemeinsame Schule. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal. Was macht denn ihr da? Was ist denn los mit euch? Der Unterricht ist ja schon lange zu Ende. Wir müssen so viel lernen. So schlimm wird es schon nicht sein. Englisch ist ja gar nicht so schwer. Weitschbedürfung habe ich auch noch. Und du, Julia? Ja, gewidest. Gewidest, lieber Kina. Das schaffst du schon. Physik. Physik. Und Herr Anissa? Ja. Aui. Musst du viel lernen. Das ganze Heft. Das ganze Heft. Das ist richtig so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich das Lernen gar nicht auszahlt. Wofür die ganze Mühe? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kenne da jemanden. Ja, wen denn? Lasst es euch überraschen. Ja, hallo. Wollt ihr zu mir? Ja, dann bitte. Kommen Sie rein. Ich freue mich über euren Besuch. Aber warum kommt ihr eigentlich zu mir? Ja, unser Lehrer hat uns die Adresse gegeben. Wir sollten da herkommen, weil wir eine Motivation suchen. Weil wir halt sehr viel Stress und Prüfungen haben und wir nicht wirklich wissen manchmal, warum wir uns das alles andauern. Ja, der zeigt es deswegen an, weil ihr eine gute Zukunft haben wollt. Und die schulische Ausbildung und die schulische Bildung ist die Grundlage für ein glückliches berufliches Leben, aber auch für ein erfülltes Privatleben. Denn wenn ich in Richtung eines Berufes gehe, der mich erfüllt, dann bin ich einfach ein glücklicher Mensch. Und darum ist es so schwer, dass es manchmal zu durchschauen ist, wenn man mitten im Stress drinnen steckt. Und so wichtiger ist es, dass man sich selbst immer wieder motiviert und dass man sagt, Grundlage ist Bildung und Ausbildung. Wichtig ist, dass ich oft bin gegenüber Veränderungen, gegenüber neuen Dingen. Dass ich flexibel bin und dass ich auch mobil bin. Und wenn ihr ein bisschen auf die Suche geht, nach euren Vorgängerinnen und Vorgängern, die also auch die Schule besucht haben, die dann weiterführende Schulen gegangen sind, die einen tollen Büro vergriffen haben, dann werdet ihr sehen, dass auch die das bestätigen. Macht euch auf die Suche, auf die Suche nach Erfolgsgeschichten. Wir befolgen den Rat von Bildungslandesrätin Beate Palfrader und machen uns auf die Suche nach Erfolgsgeschichten. Vielleicht bin ich heute auf den Flug nach Parnadema in Björk, Herr Kapitän, möchte sie jetzt schon mal im Landegesamtbesatzung und zusammen mit meinem Kollegen hier im Kopf mit dem ersten Offizier kleuern. Hallo! Auf seiner Segellacht begrüßt uns Beat Frankhauser. Als die Schüler gesucht haben vor dem bestimmten Jahrgang und da war ich natürlich dabei und dann habe ich mir gedacht, da meldst du mal ganz kurz und so ist das zustande gekommen und jetzt seid ihr da und ich freue mich riesig. Ein bisschen Mallonka wird ja nichts produziert, also die machen halt ein bisschen Wein und ein paar Oliven und ein paar Orangen und Mandeln sowieso, aber alles andere, das kommt alles mit dem Schiff. Spachen zum Genua setzen! Spachen zum Genua setzen! Unser zweites Filmteam machte sich auf den Weg ins Bezirkskrankenhaus Kufstein. Hallo, wir sind von der neuen Mittelschule 2 Wörgl und wir suchen die Christine Kreitz. Ja, ich komme gleich raus, gell? Ja, ich komme gleich raus, gell? Christine Kreitz war ebenfalls Hauptschülerin in Wörgl. Hallo, ich bin Lena, hallo, servus. Ich komme gleich nach. Und da ist dann drinnen der heilige Raum und so auch in die Küche. Genau, und da. Also wir haben uns jetzt ja gerade die Hände desinfiziert und nehmen jetzt auch so Schutzschürzen oder so was ähnliches an, wie kochen. Genau. Und es scheint jetzt nicht gerade eine ganz normale Station zu sein wie ihr. Ja, das ist eben interne Intensivstation, sag ich schon, intensiv, gell? Also es ist alles ein bisschen, wie Sie sagen, ein bisschen mehr als wir auf der normalen Station. Bei uns sind viele Leute mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Gehirnblutungen, dann eigentlich wo schlecht schnaufen, die Raucher sind bei uns. Also ich weiß ja, wie heißt, meine Oma, die war auch neuzig, ist auch neuzig geworden und hat kracht, gell? Aber ich möchte jetzt nicht so, dass die überhaupt sind, weil die restlichen Prozente sind bei uns dann mit der Krankheit, gell? Was einfach nicht mehr da schnaufen und hängen dann bei uns an der Beatmungsmaschine. Musik Währenddessen auf Mallorca Wie kennt man überhaupt auf die EDF, so was? Auf das Ganze da? Das ist ein Hobby. Ja, da fängt man halt... Ich zum Beispiel habe mit 8 Jahren angefangen an den Narrensee um. Und dann später sind wir an den Klimsee, an den Ammersee und an den Stambergersee. Das hat ein ganz kleines Segelschiff. Aufpassen, da müsst ihr ein bisschen schauen. Schön einen Kurs halten, gell? Ja, wohl langsam dran. Super, schau dich. Prima! Da habe ich viele Leute auf dem Schiff, die das am ersten Tag nicht so gut kennen. Das heißt, du hast beim Optimisten gut gefahren und immer weiter gemacht? Ja, genau. Ich habe mit 8 Jahren gefahren mit Optimist. Dann bin ich schon ein bisschen zu groß gewesen. Vorjahr Sparda für den Optimist. Dann ist es ein Jole geworden. Dann ist die nächste Stufe. Irgendwann bin ich halt einmal auf so großes Schiff. Dann habe ich halt angefangen mit Gästen zu fahren. Das hat dir immer schon gefallen. Super, das ist halt mein Hobby, oder? Ja, das macht genauso viel Spaß, als wie Skifahren. Apropos Skifahren. Gehen die Berge eigentlich früher? Ja, das ist so. Das ist das abgängig, Skifahren und ganze Schnee. Ja, schon. Weil ich habe das sowieso ein bisschen mit den Bergen verbunden. Weil einfach durch das, dass ich, ich bin ein Gartenbauer, ein kleiner Gartenbauer. Und da ist im Winter nichts gewesen. Und da habe ich im Winter immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Am Anfang habe ich in jungen Jahren bin Skilehrer. Dann bin ich in Liftinger gewesen. Dann bin ich, und Skifahren, das ist sowieso. Jeden Tag auf die Ski. Dann habe ich Sanitäter gemacht. Und dann bin ich zur Pistenretter nach Hopf gegangen. Und das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich leider schon seit drei Jahren, seit vier Jahren nichts mehr gemacht. Und ja, vermisse ich schon. Vermissen, ähm, von jetzt einmal den Wörglern zu ehemaligen Wörglern. Wie ist das eigentlich so, sich voraussichtlich für das Erste von Familie und Freunden zu verabschieden? Weil ich kann mir vorstellen, wie das ziemlich schön ist, wenn ich mich weggelassen. Da hast du recht. Aber einmal ein Wörglern, immer ein Wörglern, oder? Und wenn du da ein bisschen unterwegs bist, weltweit. Ich bin ja nicht nur jetzt hier auf Mallorca. Ich war ja früher in der Karibik, Malediven, Griechenland, Türkei. Bin überall ein bisschen rumgesegelt. Da kriegt man schon Heimweh. Also das ist schon, wenn man dann länger jetzt nicht mehr daheim war, dann fängt schon Druck an. So, da gefreut man sich schon. Weißt, wenn man dann wieder, wenn man mal wieder die Mama sieht und dann kratzt und alle, oder? Kann ich da jetzt schauen gehen und so? Oder das Almschauen, was du da machst? Ja, da können wir schon mal schauen, wenn es einfach nicht passiert. Ja, dann gehen wir einmal, oder? Ja. 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 Da musst du auch schauen, ob der Patient. Hier haben wir die Probleme durchgeführt von den 6 Patienten. Also da hast du alle Möglichkeiten, dass man selber etwas einzustösst. Aber das ist ja alles voll kompliziert. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sich das alles lernt. Ja. Ja, wo ich das geht. Hast du in der Hauptschule auch schon so gute Schülerinnen? Oh mein Gott, nein. Ja, Durchschnitt, gell? Ich wollte jetzt nicht die Schlechteste, nicht die Beste. Aber es ist alles zum Lernen, gell? Das ist, wenn dich etwas interessiert, dann merkst du das ja total einfach. Und wenn du jeden Tag mit ihm arbeitest, dann ist das jetzt, du brauchst das eigentlich gar nicht lernen, weil das ist Krustaufragung. Das ist die Oberreste, gell? So. Genau. Das ist es, oder? Der Bär ist ja der Bühne eigentlich, gell? Kann meine Krankenschwester auch gleich schon nach der Schule machen? Nein, das ist eine Begrenzung vom Eltern her, gell? Also, mit 17 kannst du erst anfangen mit der Schule. Und früher war es auch so, dass die Höchstgrenze bei 35 war. Und bei mir war es auch so, ich war erst mit 33 angefangen, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt wäre ich noch 35, jetzt kann ich noch nicht mehr Krankenschwester werden. Jetzt muss ich mich beheilen, wenn ich es noch da möchte, weil das wollte ich eigentlich halb schon da, gell? Ich war mit 14, habe ich von Käuferin gelernt, auch von der Hilfe-Käuferin. Aber auch einfach, weil ich nicht so recht gewusst habe, was ich will werden. Ich dachte, ja, mach das mal lernen. Nachher bin ich eigentlich klein. Nach der Lehre, die dauert drei Jahre, bin ich in Italien normal. Nach Rom, also Bär. Da habe ich auf so amerikanische Kinder aufgepasst, super toll, alles wäre ich. Ja. Und nachher bin ich halt echt wieder offen. Nachher habe ich mal beim M-Preis gearbeitet. Nachher habe ich mal in der Gastronomie gearbeitet. Nachher habe ich mal bei der Zeitung gearbeitet. Ja, weißt du, da habe ich schon gemerkt, das passt mir nicht ganz, gell? Das, was ich tue, das wollte ich so befriedigend für mich. Und nachher bin ich in die Schablonentechnik gegangen. Da habe ich noch alleine, fast zehn Jahre. Da habe ich noch auch, weil ich recht kreativ war, da habe ich mit dem Computer immer so Stoffmuster zeichnet, Bit-Tisch und alles, was halt mit der Grafik zu tun hat. Und dann bin ich nach fünf Jahren auch in der Firma in die Computerabteilung gewechselt, als Software-Testerin, ja. Dann bin ich da fünf Jahre gewesen und nachher bin ich 33 Jahre alt. Ist das jetzt noch damals kranker Schwester? Dann muss ich gleich einmal gehen. In den letzten Jahren jeder sagt, nein, das kostet jetzt nicht, du hast einen super Job, verdäuchst du gut, jetzt bist du schon so alt und anfängst, es kostet immer deinen Beruf. Ja, das ist aber die Einstellung, gell? Sonst ist es eigentlich schon, wenn du einen guten Beruf hast. Manche Leute, du musst bei diesem Beruf bleiben, weil es ja ein Risiko ist. Team Nr. 3, Melanie und Julia, wurden in Brandenberg findig. Dort betreibt Markus Dreichel die Natur-Lebner-Schule Tirol. Wow, jetzt weiß ich, warum die anderen noch so geschwärmt haben von da. Die haben ja von unserer Schule, sind ja vorher auch schon Klassen gekommen. Ja klar, die kommen ja jedes Jahr. Und dann haben wir da auch gefilmt. Und dann haben wir einen Film jetzt davon und dann haben wir bei uns eine Schul-Homepage hinein. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Hast du noch nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Passt, dann schauen wir uns den Film jetzt so an. Okay. Also wir sind in Brandenberg, das ist kein Land. Wir schlaufen dann in so eine Tipi hinein. Wir waren im Bach, einfach schon drüberschweren. Es war einfach ein cooles Gefühl. Es war schön. Ich denke, man könnte jeden Moment einfliegen, aber weil es ist eigentlich gut gesichert. Nein, das ist nicht so. Und du guckst immer. Ich guck mal, dass die Kinder überhaupt einen Heidenspass hatten. bei dir? Ja, die filmen sich sowieso. Nein, gefällt mir auch total gut. Die Kinder haben immer einen Riesenspaß, so wir als Team auch. Ja, wir lieben unseren Job. Ja, das würde ich auch sagen. Und warum kommen denn da die ganzen Schulklassen daher zu dir? Warum die kommen? Also so wie da jetzt zum Beispiel die Hauptschule von Wörgl, die kommen als Kennenlern-Tage zu uns. Kennenlern-Tage sind insofern wichtig, weil sich da einfach zusammengewürfelte Klassen, die was sich vorher nicht kennt haben, die Schüler untereinander, die lernen sich bei uns da ganz intensiv einfach kennen, machen gemeinsame Teamspiele, Teamübungen, Action, Fun, einfach richtig ein Beisammensein, abseits von Handy und Fernseher und Facebook. Ich weiß, das geht irgendwie auch an, aber da herinnern vermisst es keiner mehr. Egal, was für eine Aktionen das wir machen, ob eben so wie wir da jetzt gerade gesehen haben, eine Bachüberquerung nicht sein, mit ein bisschen Rambazamba dahinter oder ob jetzt das einfach Gemeinschaftsspiele sind, wo man mal miteinander denken muss, nachdenken muss, eine Aufgabe erfüllen muss. Oder ob es nur das gemeinsame Sitzen am Lagerfeuer ist. Ja. Und da eine Gruselgeschichte hören, ein bisschen miteinander ziedeln, manchmal, weil das schafft es auch in echten Alter immer noch ganz gut. Yeah. Ja, und da haben wir eigentlich dieses super Feedback, was wir immer wieder zu hören kriegen von den Lehrpersonen, aber auch natürlich von den Schülern. Wir wollen jetzt wissen, wo wir sind. Und der Mati, fang mal an. Also peilst du mal bitte und sagst mal die Gerade an, und der Thomas weiß dann eh Bescheid. Also von der Kathedrale an? Von der Kathedrale? Wie viel haben wir da? Äh, wie viel haben wir gehabt? Nein, dann schau. Weil? Aufstehen wir. Aufstehen wir. Jetzt muss der Leiflung besser sehen. Jetzt kommt der Kathedrale dazu wieder. Rüber. Bis zur Kathedrale. 234 haben wir gehabt, genau. So. Jetzt gehst du da her, Thomas. Ja. Setz dich da hin und misst dich da raus. 234, du hast den Leuchtturm angepeilt, da ist der Leuchtturm drauf, nimmst den Bleistift und machst da einen Strich. Wo lernt man denn eigentlich sowas, das Boot zu fahren und da mit den Karten lesen? Das kann man von ganz klar auf anfangen lernen. Wichtig ist schon, dass man in der Schule ein bisschen rechnen ist natürlich wichtig, hast du ja gesehen mit den Kanten. Englisch ist ja auch nicht verkehrt, weil die Funksprache, da mit dem Funkgerät, Englisch ist einfach die internationale Funksprache und da ist es schon gut, wenn man ein bisschen Englisch kann, weil das nutzt nichts, wenn ich dann da außen umeinander fahre und der erzählt mir was, dann sage ich, keine Ahnung, was er will. Naja, Englisch und das kann man lernen. Das kann man, man kann ja, wenn man so alt ist wie du zum Beispiel, da habe ich auch angefangen und da habe ich mit einem kleinen Schiff angefangen und das ist dann immer von Jahr zu Jahr ist das Meerwurm. Ja, cool, das möchte ich auch machen. Was muss man so eigentlich nach der Schule machen, um das zu lernen? Skippen, also nach der Schule zum Beispiel, wenn du fertig bist mit der Schule, das ist auch tolle Sachen, das Skippen, das kannst du ja nach dem Lehrberuf auch machen. Wenn du jetzt wahrscheinlich lernst dann irgendwas, weiß ich nicht, was du fährst, dann wirst du ein bisschen was lernen und dann kannst du das nebenbei noch machen. Wo ist der Bug? Da. Sehr gut. Bravo. Jetzt läuft es doch schon. Wisst was, jetzt machen wir noch ein paar tolle Knoten und dann passt das. Das ist der Webeleinsdeck, weil der ganz super ist zum Verstehen. Wenn der Fender jetzt das Tier fängt, dann kann ich da nachschirmen und da nachziehen und nach oben und nach unten sichern. Bert? Ja? Wie schaut das dann eigentlich mit der Zukunft aus? Hättest du vor, das noch länger zu machen oder einmal vielleicht etwas anderes zu machen, weil du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht? Ja, das ist schon, das Segeln ist ja natürlich etwas, das kann man auch im hohen Alter machen. Solange man gehen kann, kann man segeln. Und meine Pläne, natürlich habe ich Pläne. Mallorca ist ja für uns ja nur so eine Zwischenstation. Und wir gehen ja jetzt dann dieses Jahr im Herbst, fahren wir mit zwei Schiffen. Wir haben ja zwei Schiffe, zwei gleiche, baugleiche Schiffe. Mit denen fahren wir von hier nach Florida, nach Miami. Das heißt, wir fahren von da Richtung Gran Canaria, dann über den Atlantik, in die Karibik, Karibik dann bis Puerto Rico und dann die Bahamas hoch, Nassau bis Miami, Florida. Und da bieten wir dann unseren Gästen die Segeln dann weiterhin an. Wow, da sind so viele Kinder, da können wir mal da rumschauen. Ja, natürlich, gern. Zweigängel. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du da jetzt unser Camp machst? Dass ich auf die Idee gekommen bin, bin ich schon als junger Bursch. Ich wollte das eigentlich selber schon machen. Interessanterweise war das absolut ein Jugendtraum von mir, einmal mit Leuten durch den Wald gehen und ihnen das Leben im Wald zu sagen. Den Gedanken habe ich schon mit 18 gehabt. Dass ich da in Brandenberg gelandet bin, das war ein glücklicher Zufall. Also eine so schöne Gegend, so einen Platz da zu finden und das auch noch zu kriegen. Das ist natürlich mein Traum gewesen und ich habe auch meinen Traum erfüllt da drin. Und jetzt seht ihr, alles was da ist, was ihr da seht, habe ich mir an ihr eigenen End gebaut. Ja, schau dir mal die Tippes, du. Können wir mal da reinschauen, gell? Ja, gern. Schauen wir mal rein. Ja, feine zu eng. Ja, nettena. Guter. Da machen sie es jetzt gemütlich. Manche haben es ein ganz gut, gell Valentina. Sie fuhren mal da, du ganz sau stolz. Ja, ja. So. Das will die Zeit sein. Und das hast du alles selber gebaut da? Das habe ich alles selber gebaut, ja. Zusammen mit einem guten Kollegen und manchmal noch mit ein paar Freunden, aber die haben ihnen Spaß gegeben. Was? Herz erlauben. Nein, immer weg. Ich glaube nichts. Herr Huber! Ja, habe ich schon aufgetragen. Zehn Liter. Ich lade ihn mal durch. Ja, Drucktaste. Wir lade ihn nochmal auf. Was ist das, was ich jetzt hier so hochfahre? Ja. Jetzt komm ich wieder zu Hause. Kannst du noch einen Lehrer erinnern, die bei dir ganz jung war, weil vielleicht sind die Wer ist jetzt immer noch bei uns an der Schule? Ja, Klassenvorstand, wo wir die Kindlbacher gehabt haben, dann die Kräutel Anita. Anita, die lechte Kind haben auch. Kennst du die? Ja, die haben die in der ersten Klasse in Biologie gehabt. Und die haben jetzt die zweite Leistung gehabt, ich dachte, ich bin Englisch. Achso, ja, Englisch, genau, Englisch haben wir es gehabt, das weiß ich noch. Und wie hat er da gesagt? Ja, nicht so. Und wer war damals direkt da? Direkt da? Wo bei mir der Kölsch. In der Kölner. Sogutschknuschtmutter-Welt gehabt. Da hast du schon gehört, die haben gegangen, entlang gegangen, nach der Köln knirscht und den Halt gefahren, ja. Dann sind wir schon reingeschaut, das war ein bisschen Resolut da. Ja, wie hat denn das da damals so ausgesaugt? Die zweite Hauptschule, die hat es ja nicht so lange gegeben. Nein, die zweite Hauptschule hat es noch nicht so lange gegeben. Ich kann mich damals noch erinnern, wie ich in die Hauptschule gekommen bin. Da hat es für die Dirndler noch die Barackenschule nebenbei gegeben. Da waren noch die Burma und die Dirndler getrennt. Es hat dann einmal angefangen, plötzlich, da ist eine Klasse dann in der 1er Hauptschule, damals ist gemischt worden. Burma und die Dirndler, das war ja ganz was Neuartiges für uns. Ja, und wann ist die 2er Hauptschule erbaut worden oder wann ist die eröffnet worden? Ja, die 2er Hauptschule, die ist damals eröffnet worden. Das war 82, wenn ich mich richtig erinnere. So 82, 83 ist die eröffnet worden. Da sind wir oft schon fast ausgespielt. Oder eigentlich ausgespielt, muss ich sagen. Und war es da laut, oder? Nein, wir haben das also nicht so als große Beeinträchtigung gefunden, muss ich sagen. Im Gegenteil, wir waren eigentlich froh, dass die Schule so modernisiert wird. Und man sieht ja jetzt die positive Entwicklung in der Wirgler Hauptschule, weil man hört eigentlich immer mehr Gutes. Und alle, die ich jetzt momentan kennenlernen darf, da herinnen auch die ganzen Lehrpersonen, alle, die da mitkommen, das sind richtig tolle Leute mit viel Engagement. Die jungen Lehrer wollen neue Sachen, wollen mehr Gemeinschaft in der Klasse, wollen mehr Gruppendynamik in der Klasse. Dadurch arbeiten die Jugendlichen auch viel besser miteinander. Und wenn es keinen Streit, wenn es den Konflikt nicht gibt, deswegen habe ich ja auch Konfliktmanagement studiert, dadurch bereinigt man viele Sachen, die absolute Störfaktoren sind, um erfolgreich zu werden. Wieso studiert? Das ist eigentlich mein Werdegang, was ein bisschen eine ewig lange Geschichte ist. Also ich habe nie aufgehört zum Lernen. Und ganz speziell jetzt, auch in meinem Alter, ich finde es total wichtig, dass man nicht irgendwo stehen bleibt. Man hat Ideen, man hat Gedanken und eben meinen Lebenstraum, den, was ich mir da verwirklicht habe, den hätte ich nicht machen können mit dem, was ich damals eigentlich als Abschluss gehabt habe. Ich habe zwar eine tolle Lehre hinter mir mit Auszeichnung, Meisterbrief und, 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 und. Aber trotzdem, man braucht dann eine Weiterbildung mit der, was man dann ja sowas machen kann. Warte, nie zu dreischauen, ich habe gefilmt, nochmal zurück. Zurück und jetzt sind, hm, 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 gibts nochmal dir. Hm. 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 Alle, naja, fast alle mögen Tapas. Das war eine Biene sehr bekannt. Das war alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maria. Freche, kleine, schlaue Biene, Maria. Steht wahrscheinlich ganz was anderes da, gell? Wenn du so lachst. Maria fliegt durch ihre Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Jawohl. Das passt, das was wir sehen. Ich hab Ihnen gerade die Welt gezeigt, hier auf Mallorca, unsere Welt. Hat es euch gefallen? Ja, schön. Schön ist es gewesen. Das Schiff will immer vom Kurs abweichen. Man hat's ja gesehen, du bist da gefahren. Das Schiff will immer vom Kurs abweichen. Aber du musst dein Schiff sagen, wo du hinlässt. Du hast dann wieder korrigiert, den Kurs korrigiert. Du hast gesagt, nein, da hin, wo das Schiff hin will, da will man nicht hinfahren, sondern wir fahren da hin, wo ich hin will. Und du hast das Schiff wieder korrigiert und bist da drauf zugefahren. Der Abschluss ist sowieso ein guter Schulabschluss. Macht's das, macht's das wirklich, das ist total wichtig. Eine Lehre oder was jetzt danach macht's. Irgendwas lernen. Es wird sicher, wenn's auch nicht das weiterhin macht, was ich gelernt hab, sondern was anders macht's. Das ist egal. Immer wenn's irgendwo anfangen, in einem Betrieb, die werden dann fragen, was hast du denn gelernt? Oder hast du überhaupt was gelernt? Und dann hab ich gesagt, oder jetzt könnt's dann sagen, ja, ich hab was gelernt. Es ist zwar nicht das, was ich jetzt mach, aber man wird dann gleich ganz anders eingestuft im Beruf. Man verdient gleich mehr Geld, weil man eine Lehre gemacht hat. Und wer weiß, vielleicht trifft man uns ja irgendwann einmal auf dem Meer. Sollen wir Kollegen oder fast auf einmal du neben mir vorbei sagen, das ist der alte Bär, das Frügel, bei dem bin ich auch schon mal auf dem Schiff. Wie es lernt, damals gesagt, sei ehrgeizig, geh durch, geh deinen Weg. Wenn du dir als Erwachsener für einen Beruf entscheidest, weißt du ja, wie was du das tust. Du tust es ja für dich selber. Das ist bei euch vielleicht noch ein bisschen anders. Mit 14 oder was hätte ich das auch nicht so ernst genommen. Aber ich weiß, ich schaff das. Und das Finanzielle, wo passt du nach, wo für mich einfach die Entscheidung, ich tue jetzt das, was für mich, was ich noch da möchte. Wie so einen Lebenstraum erfüllen, ja. Und das habe ich geschafft. Und ich kann das jedem nur raten. Jeder Jugendliche, der was einen Traum hat, soll ihn verfolgen. Und nur weil man, egal ob das jetzt eine Hauptschule oder Gymnasium, egal was für Ausbildung das man hat, das heißt nicht, dass man Sparta nicht weiter lernen kann, dass man nicht was dazu machen kann. Und was ganz wichtig ist, das ist eines. Nicht aufgeben, wenn man irgendetwas Schlechtes mit erwischt. Weil auch die schlimmsten Sachen kommen mit Energie, mit Willen, Ausmerzen. Großartig. Und ihr habt ja ein Medienprojekt. Wir wollten Sie fragen, ob Sie vielleicht unser kleines Interview... Ja, das mache ich doch gerne. Sind wir doch schon dabei, oder? Also wir machen... Ein schicke Frisur ist das. Dankeschön. Wir machen ein 15-30-jähriges Jubiläum. Ah. Und da geht es jetzt um Erfolgsgeschichten. Ja, als Motivation zu Worte, was man so machen kann. Also ich persönlich freue ich mich natürlich über jeden Schüler und jede Schülerin, die eine neue Mittelschule besucht. Die neue Mittelschule ist mein Herzensprojekt. Und ich gehe davon aus, dass ihr von euren Lehrern und Lehrerinnen hier ganz gut vorbereitet werdet auf euren nächsten Lebensweg. Und wenn ich einen Tipp geben kann, dann glaube ich ist das, hört zuallererst in euch hinein. Versucht herauszufinden, was mache ich so richtig gern? Wo möchte ich ein Meister werden, eine Meisterin werden? Und dann macht es ja das. Und lasst es euch von niemandem beirren. Und was auch noch wichtig ist, jeder von uns braucht Weggefährten. Also sucht euch Weggefährten. Leute, die an euch glauben, wo ihr euch gut fühlt, wenn sie neben euch seid, die euch unterstützen. Und ja, wo ihr euch einfach auch gut, groß und stark fühlt. Also Leute, die voll auf eurer Seite sind, so ein, zwei Wegbegleiter hier im Leben zu haben, jetzt meine ich vor allem im beruflichen Bereich, ist ganz wichtig. Und da muss man auch einfach permanent auf der Suche sein. Also die fallen einem nicht so zu, die muss man sich auch ein Stück aussuchen. Danke. Danke. Und jetzt wissen wir, es lohnt sich. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020